Seid mir. Wir werden meine Krieger treffen. Dann zeige ich euch die Seite. Einen Augenlust, um Kivita zu finden, hat mir immer noch keine Gefahr gebracht. Dein Vater und ich lernten viel von uns. Sein Kindheit war von unseren Menschen. Es gibt ja viele Namen, die in einer anderen Sprache eine Bedeutung haben. Diese Ruins sind alle, die von deiner Familie bleiben. Es war da, dass ein Einer dein Vater schlug. Diese Männer sind meine größten Vertrauen. Sie werden uns durch die Badlands bespielen. Oh, shit! Es ist Magruder's Militia! Sie haben uns zuerst! Okay. Erinnere dich! Es wird schwer zu töten. Ach so, ich sollte ihn schützen. Aber das ist doch noch nicht die Mission, die ich jetzt dachte. Ich... ... Bivasbo! Ja, ich habe aus Versehen auf einen Kollegen beschossen. Okay. Sein Pferd ist mir einfach so langsam. We sure got a leaky mouth, Sopa. Upsteig! Da läuft ein bisschen steif. Oh, hier war ich noch nicht drin. Hier könnte ich noch genau Gold finden. Die Frage ist natürlich auch, war das schon vorher auch begebbar? Oder ist das jetzt erst durch die Mission gekommen? Ich habe mich gerade ein bisschen umgegen Gold. Also, was ich finde, möchte ich schon gerne mitnehmen. Nein, ich glaube, das war schon vorher begebbar. Aber hier waren wir definitiv noch nicht. Okayo, gibt's auch kein Gold. Du hast die Mission erfüllt. Okay. Okay. Okay, dann denke ich aber mal, dass jetzt wirklich die letzte Mission kommt. Ganz einfach, weil wir sind jetzt hier an diesem Berg. Ich glaube, der Dynamitbogen ist eine der mächtigsten Waffen hier. Jetzt ausrüsten. Ich glaube, der Magruder hat es bereits gefunden. Es kann nicht so einfach sein. Er hat nur eine halbe Krise. Das ist für uns. Hm. Von Gott's Altar... Hm. Es sieht aus wie... ...twixt die Tears von Gott... ... 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 Sun and moon meet. Dusk. Behold his kingdom. There. They missed the mark. It's above the mine, not below. Get up there and walk! Kid, get down! No! Oh, my God! Hey, hey, come on now. Hey, easy, big fella! Let me go! Let me go! Come on now! You're gonna die today, boy! Oh, my God! Now, are you gonna show me the location, or shall I continue? No way. Dutchie! Wait, wait! It's there! There! That's impossible. I've sunk shafts all over that sector. You gotta dig up, you damn fool! It's above you! Of course! Ah! Get up! Up! Haha, Dutchie! Get me back to that mine. Then take your train to find a kid. And ask for this little sneak. Here you go! Yeah, 2 Stunden nehme ich schon auf. Es war definitiv nicht geplant, dass ich jetzt so lange aufnehme. Aber wenn ich ziehe dieses Spiel halt nur durch, das durfte ja nicht mehr allzu viel kommen. Boah, das sind ja viele Jungen. Oh, da sollten wir mal Heilung nehmen. Ich fülle mal gleich mal hier wieder auf. Ah, fuck. Ja, das wird schon ziemlich anspruchsvoll, sag ich mal so. Ah, ich müsste mal meine Flasche mal wieder auffüllen. Ah, ja. Das ist gar nicht eine Falle, wenn der hier so da liegt. Ich habe gesagt, Magruder, wo es ist. Ich musste. Er würde alles aufbauen. Entschuldigung. Kannst du gehen? Auf der anderen Seite dieser Höhle, viele Wundle und seine Wörter sind mit Clay Allison und seinen Mann. Ich sage ihm, dass ich hier wieder zurückkommt. Wo geht's? Du willst deine Finger zurück, nicht wahr? Ja. Oh, die haben wir eigentlich so eine... Kanone. Ich sage mal, ich habe den aber schon auch mal auf den Kopf geschossen. Ah, okay, das war ja eine Art... Bosskampf. Ne? Nimm doch mal Heilung. Ach so! Ja, das war vom Pferd. Ich habe mich jetzt gewundert, dass der jetzt gar keine Heilung nimmt. Dabei ist ja unsere voll. So, wa. Okay. Ja. Ja, dann besteht das, was ich eigentlich als letzte Mission in Erinnerung habe, als mehrere Teil Missionen. Die Gruders haben die Mauten in die Mitte nach, um ein Quarverro zu schauen. Und all along war die verletzte Stadt direkt über seinen Kopf. Ich muss diesen Basterd anbauen. Und du rufst, wer legst dich? Ja, dann versuche ich, was ich. Ich habe einen Moment auf der Mitte der Mauer. Aber das wird einen Drehen, der sich noch dipped. Wann gonna? Wann? Wann! Ja! Ja! Wir brauchen viel mehr Zeit. Du hast deinem Gehirn verloren. Willkommen bei der Kill Magruder Express. Nächste stop, Ende der Linie. Haha, ich wollte das machen. Anruf! Okay, verbirren. Bleib lang und schaue mich! Wir können hinter das Kastrogramm wegnehmen. Du kannst deinem Gehirn verloren werden. Ja, wer weiß, am Ende kommt ja doch noch was. Aber ich kann... Irgendwo ist ne Gatling. Ja, sorry, ich hab irgendwie ne... Sequenz reingeschrieben. Ich dachte, ich hätte das Mikro ausgehabt. Hab ich jetzt wieder an. Ja, was schießt denn hier, Mann? Ach, du, dann ist die Gatling. Ach, du, dann ist die Gatling.